Hi Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Die meisten von euch haben Ferien. Schreibt es in die Kommentare. Ferien, ja, nein. Und ich denke, ich habe meine so einen kleinen Pool. Der Pool habe ich. Ja, und... Ja, lass mich. Ja, beginnen wir jetzt. Ja, das ist der Punkt. Nummer eins. Als Zeitdruck. Okay. Jetzt Korb start. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hinkriebe. Man braucht mehrere Versuche, oder? Mehrere Versuche brauche ich, glaube ich. Aber... Versuch mal ohne Versuche. Oh, der ist richtig gut geworden. Oh? Was? Was? Und jetzt... Ja. Warte. Ja. Aha. Ja, richtig so. Und jetzt... Und jetzt... Das war's auch schon mit dem Video. Hi. Ah, ja richtig. Das mit dem See. Später... Ich zeig euch meine... Tricks im See. Großer See. Okay. Und... Peace out!